Sollte ein Smart Home nicht auch eine smarte Haustür haben? Das smarte Türschloss von HOMATIC IP. Ein Fingertipp und die Haustür öffnet sich. Wer wann zutritt hat, bestimmen Sie. Die Kinder jederzeit. Die Haushaltshilfe nur zu festgelegten Zeiten. Ausgesperrt? Schlüssel verloren? Kein Problem. Mit HOMATIC IP brauchen Sie keinen Schlüssel mehr. Das Gerät wird auf der Innenseite angebracht. Ganz einfach. Ohne Bohren. Ohne Kabel. Von außen erkennt man nichts. Und vorhandene Schlüssel können weiterhin verwendet werden. Ist die Tür auch wirklich abgeschlossen? Ein Blick auf das Smartphone gibt Gewissheit. Eine weitere praktische Funktion? Automatisches Verriegeln. So ist sicher, die Haustür schließt jeden Abend selbstständig ab. Apropos sicher. HOMATIC IP ist vom VDE für die Protokoll-, IT- und Datensicherheit ausgezeichnet. Das smarte Türschloss von HOMATIC IP. Der Schlüssel zu Ihrem Smart Home. Das ist die Tür. Das ist die Tür. Das ist die Tür.